5.5.23. Eine neue Zeit bricht an im deutschsprachigen Raum. Das Ende des Märchens von der buchstäblichen Bewahrung des Korans. Die Bewahrung des Korans. Das heißt, der Koran ist unverfälschend original. Genauso eins zu eins wie vor 1400 Jahren. Wir haben immer gesagt, der Koran ist Strich für Strich, Wort für Wort und so weiter gleich. Ja, das haben die Muslime immer gesagt. Auch im englischsprachigen Bereich haben die Dawa-Propagandisten mit so Sachen ihre eigene Oma belogen und das auch als Argument für die Islam-Anwerbung genutzt. Jetzt? Jetzt nicht mehr. Dank Apologeten wie David Wood, die seit Jahrzehnten die Dawa-Lügen an den Pranger stellen, ist das da vorbei. Bei uns setzen die Internet-Muslime immer noch darauf, dass ihre Schäfchen nicht mitbekommen, dass weltweit die Islam-Propagandisten schon die Notbremse ziehen mussten, weil sie sonst keiner mehr ernst nimmt. Und am 05.05.2023, so Gott will, ist das jetzt bei uns auch soweit. Manche Muslime machen sich schon Sorgen und wollen am liebsten Shabir Ali aus Kanada anheuern, einen der weltweit besten Islam-Apologeten. Lieber Kasim, weißt du, das Problem ist nicht der Hamdi, das Problem sind die Korane. Und Shabir Ali, der hat sich das Dawa-Märchen mittlerweile ja auch schon abgewöhnt und aufs Notprogramm geschaltet, weißt du? Mit dem könnte ich mir die Debatte schon fast sparen. Hier schon mal vorab zum dran gewöhnen und, weil ihr mir's nicht glaubt, halt von Shabir Ali. Das sägt an der Selbstzufriedenheit, mit der viele Muslime umhergegangen sind und gedacht haben, dass, okay, weißt du, alles wurde bewahrt, Punkt für Punkt, Buchstabe für Buchstabe, so wie es dem Propheten Mohammed, wie es auf ihm offenbart wurde, völlig ohne Abweichung oder Veränderung. Weißt du, dass es sägt an dieser allgemeinen Sicht, die tatsächlich keine gelehrte Weise ist, über den Koran zu denken. Unsere Gelehrten haben immer gewusst und immer beschrieben in unseren klassischen Büchern Variationen in Manuskripten, wie, weißt du, wie es ist, wird so gelesen von Ubay ibn Qab, es wird so gelesen von Ibn Massoud und so weiter. Im Kodex von Ibn Massoud, es scheint so geschrieben gewesen zu sein. Im Kodex von Ubay ibn Qab schien geschrieben, es schien geschrieben zu sein. Mit dieser oder jener Abweichung, also das war immer bekannt in gelehrten Kreisen, dass es das gab. Und kürzlich haben Durchschnittsmuslime einfach in einem, ohne sich die Mühe zu machen, zu lernen, haben sie einfach eine verbreitete Art, über den Koran zu reden, nachgeplappert, indem sie sagen, weißt du, es ist 100% so, wie es immer war und die können sich keine Abweichung vorstellen. Stellt euch mal vor, wenn das schon das ist, was die Daueranwerber offen zugeben, Ich hoffe, wir sehen uns zum Ende. Es ist genug für den Muslim zu wissen, dass der Koran die Rede Allahs ist, die beschützt wurde. Wir sagen, der Koran ist fehlerfrei. Wir haben immer gesagt, der Koran ist Strich für Strich, Wort für Wort und so weiter gleich. Keine Harmonisierung, keine Veränderung, uns ist nichts bekannt. Und übrigens, das ist jetzt ein wohlbekanntes, offenes Geheimnis. Die geläufige Erzählung beantwortet einige sehr dringende Fragen nicht. Wir stellen diese Fragen und tauchen tief in die islamischen Quellen ein. Wenn du tief eintauchst, werden die Dinge sehr, sehr unbequem und schwierig. Sie werden einfach zeigen, das macht keinen Sinn und das ist nicht wahr und dies und das. Und sie werden Fragen bringen, die ich jetzt nicht ausdrücklich nennen werde, von denen du weißt, dass sie stimmen, weil sie in deinen eigenen Büchern sind. Was ist das? Was geht hier vor sich? Und die Besten unserer Gelehrten sind sich nicht so ganz sicher, wie man alle die ungelösten Fragen dabei beantworten soll. Ganz klare historische Fehler befinden redaktionelle Veränderungen, befinden Interpolationen, befinden Harmonisierungen, befinden grammatikalische Veränderungen. Diese Probleme werden jetzt zum Mainstream. Das sollte niemals öffentlich angesprochen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, mit ruhigem Wissen und Gewissen ins Bett zu gehen, wenn ich klar weiß, dass das, an was ich glaube und Gottes Wort nenne, Verfälschung ist. Man kann das so viel unter den Tisch kehren, wie man will. Diese Ungewissheit kann einen nicht in Ruhe lassen. Und bis zum Grab wird das einen nicht in Ruhe lassen können. Das ist toll, was das cliente Lewis hat. Vielen Dank.